So, dann kommen wir zum U8-Bewerb, den Platz 10 hat erreicht der FC Mannerbeing. Herzlichen Gratulation. Ja, ich herzlich begrüßen möchte auch auf unserer Sportunlage unsere Frau Bürgermeister, die Ursula Lebenhofer, die auch für Nachwuchs, was da was überhört. Und das zeichnet den Bewerber ein bisschen aus, wenn man auch da von der Seite eine Unterstützung bekommt. Weil jeder weiß, der Sport, der braucht Unterstützung und wenn er von solchen Händen kommt, dann passt das. Bravo. Dann Platz 9, dort habe ich gratuliert der Union St. Peter vom Rath. Herzlichen Gratulation. Applaus Zum Platz 8, darf ich gratulieren den SV Salchen. Applaus Einen großen Dank möchte ich auch noch aussprechen den Münchnern, oder teilweise unserer Väter gemacht, die was uns mit Kuchen und Leckereien versorgt haben. Herzlichen Dank. Applaus Der nächste bei uns, der Platz 7, der FC Hammerau aus Bayern. Applaus Zum Platz 6, der FC Hammerau, der FC Hammerau und der FC Hammerau. Zum Platz 6, darf man gratulieren den WSZ. Der Platz 5 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 5 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 4 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 5 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 5 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 6 erreichte der Innsbrucker AC. Der Platz 5 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 erreichte der Innsbrucker AC. Applaus